Oi! Das war gerade UVS? Nicht mein Internet? Ach OBS So, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich weitergehe Ähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh... Ingi fühlt sich das nicht richtig an dem... in dem Gebiet hier Weil, das sind So Wieende, die ich nicht weg machen kann Da bin ich wieder. Oh Gott. Warum ist das Ami-Gebiet so weit? Bin wir auf der Global Map? Ups. Nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte auf die Global Map. Aber guck mal, vier von sieben Amis sind noch da. Also wir haben schon drei kaputt. Wie es auch aussieht, 19%. Ja, ähm, ja. Ich frage es, ob ich da was... Ich habe halt auch keine Ahnung, welches Symbol das bedeutet. Was sind wichtige Items? Access Closed. Fragezeichen. Access Closed. Da müsste ich jetzt, glaube ich, hinkommen. Ich weiß aber nicht, was das Symbol bedeutet. Was ist das? Da ist kalt. Da wollen wir auch nicht hin. Da können wir auch noch nicht hin. Da ist kalt. Hier fehlt ja so viel, ne? Aber da komme ich nicht durch. Äh. Äh. Hallo, ich bin verwirrt. Okay. So können wir hier versuchen, weiterzukommen. Können wir probieren, da hin und da hoch zu gehen? Vielleicht? Oder auch nicht. Vielleicht kann ich da oben rein. Oder gehen wir doch mal hoch. Hä? Oder auch nicht. Lass mich da hoch. Lass mich da hoch. raus. Wenn ich da unten bei Amy reinkomme, dann. Ich bin wieder da. Eija. Ich hasse das ja nur, wenn man den ganzen Umweg rennen muss. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin wieder da oben durch. Wenn ich da oben hoch vielleicht die nie raus. Wir sind ja eigentlich nur durch das Amy Gebiet, um wieder zurückzukommen. Ich bin so los. Ich bin so los. Ich bin so los, ne? Ich geh wieder. Ich bin so los. Ja. Ja. Hm. Nee. Okay. Da oben ist hier auch nichts. Dann komme ich hier doch nicht weiter. Okay, ich habe keine Ahnung. I have no idea. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das Spiel will, dass ich hingehe. Hier sehe ich keinen Weg. Ich muss mir laut, ich bin geil angucken. Das wäre das nix. Na, wir gucken, ob wir das Item holen gehen vielleicht tatsächlich. Das erste Gebiet. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt oder nicht. Sehr viel Confusion bringen diese Metroidvanias zu mir. Für mich. Auf mich. Keine Ahnung. Oh, da stirbt schon wieder mein Upload. Upload stirbt. Upload stirbt. So, okay. Äh, warte. Wo seid. Okay. Wir. Können hier hinten runter. Ups. Ne, warte. Das ist aber da. Da will ich nicht runter. Ähh. Da komme ich nicht. Oh hey. Da komme ich ja wieder nicht durch. Ich bin doof. Ich muss. Hier links. Jetzt komme ich ja da durch, ne? Die da ist offen. Die ist offen. Die da wäre auch offen. Okay, ich könnte theoretisch durch das Gebiet unten durch rüber. Wie haben wir gemacht. Jaja. Okay. Dann gehen wir unten lang? Wir können unten lang gehen, oder? Die Exos ist open. Ich hasse, dass sie liegen da so sehr. Ich würde nicht da lang. Hallo. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt könnten wir da rüber. Jetzt sind wir wieder hier. Au. Lass mich auch vor allem treffen, ne? Ich frage doch schon die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo habe ich ins dritte Gebiet? Das ist nicht wichtig. Aufzug. Deswegen gehe ich jetzt das erste Gebiet das Item holen. Ich hoffe, dass es geht. Ich werde dann sehen, ob das geht. Ich werde dann sehen, ob das geht. So, da bin ich aber dicht dran. Aber wenn ich erstens mal hier habe ich noch Stuff, wo ich nicht durch war. Da sollte ich jetzt auch überall durchkommen. Ich werde dann So, wo unten lang? So, wo lang gehen? Nur kurz speichern. Und dann können wir weiter von der Drung retten. Und zwar... Dieser Oden. Ich kann zu der unteren Emidor gehen. Können sie die Reine da nicht so platzieren, dass sie nicht absolut scheiße sind? Hier vorbei komme ich auch nicht. Jetzt komme ich nämlich hier wieder durch. Wieder. Ja, doch wieder. Hm, aber da hoch komme ich nicht. Die waren zu schräg. Okay. Da oben hin, komme ich aber nicht. Nee. 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 Okay. Okay. Dann bin ich hier. Da bin ich nicht durch. Wo wollte ich denn? Nee, ich war da drüber. Nee, ich war da drüber. Eigentlich nicht da runter, aber okay. Dann mache ich hier wieder Dinge. Da drüben ist halt auch noch so eine Dau, ne? Wie bin ich da drüben schon da hingekommen? Das Problem ist, ich glaube, ich bin da hier oben durchgekommen, wo ich aber nicht mehr durchkomme. Kann das sein? Ich hatte irgendein Problem, dass ich nicht mehr durchgekommen bin. Warum bin ich nicht mehr durchgekommen? Warum bin ich nicht mehr durchgekommen? Ah, da bin ich nicht mehr durchgekommen. Da war irgendwas ein Weg. Hm, Essie. Ich bin hier nicht hochgekommen, das war mein Problem. Okay. Okay. Okay, ich muss aber nochmal hoch, weil ich habe Scheiße gebaut. Ich muss nämlich doch... Komme ich da hoch, ist die Frage? Komme ich hier hoch? Oder ist es immer noch geblockt? Ah, es ist so schwer zu erkennen. Hier komme ich immer noch nicht durch. Hier komme ich ja nicht hoch. Absolut verrückt. Ich werde nur gucken, ob ich da hin komme. Aber... Tja, indem wir da nicht vorbeikommen, bringt mir das auch nichts. Und da hoch komme ich nicht. Und da hoch komme ich auch nicht. Okay, bin ich falsch? Sagt einfach ja. Ja, warte, ich will nicht in den Bus kommen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, ups. Hi, Freddy. Willst du mir sagen, wo ich hin muss, weil ich weiß es nicht. Ach, je. Ich bin ein Gegner. Ach. 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 Wer ist denn Emi? Den Emi. Ja. Den einen. Warte, ich muss da oben dann. Den Morphpoll-Ammy habe ich nicht gekillt, der lebt noch, das ist nämlich der gelbe, der lebt noch. Meine Fresse. Morphpoll-Ammy lebt noch. Der ist nämlich im dritten Gebiet. Bei Morphpoll habe ich im dritten Gebiet bekommen, also ist auch der Emmi da. Ah, die Ladezeiten, ne? Schlimm. Geht ganz gut. Und bei dir so? Ja. Ich bin da hoch. Ich bin da oben gekillt, da. Aber da ist ja nichts mehr. Hm. Aber links ist das da. Links ist der Bossraum. Ich verstehe nicht bewusst, was du hinaus willst. Ah ja, ist er gut. Geh mal wieder da links. Au. Hier unten komme ich nicht durch. Da bin ich auch nicht hochgekommen. Ich muss da oben lang. Da ist das für ein Hund, ey. Lass mich doch hochklettern. Ich weiß trotzdem nicht, wo du meinst. bei links. Ich weiß nicht, wo ich links weiter soll. Es sind überall Türen, die Igmo innen. Was? Hier? Willst du, dass ich hier durch die Hitze durchrenne, oder wie? Ich muss durch die Hitze durchrennen. Ach, nö. Das finde ich aber nicht gut. Äh, kann ich unten lang. Ja, ich kann hier durch. Okay. Gehen wir da durch. So, speichert. Das heißt, ich kann hier... spolen. Mit der P-Bar. Uh. Nee, äh. Aha. wir haben die Safe Room erst mal nehmen ein Safe Room Oder auch nicht, weil ich offensichtlich unfähig bin. Missile Tank Acquired. Plus. Großer. Okay, das ist... Das ist ein Teleportpunkt. So komme ich auf die Seite wieder! Gott im Himmel. Okay. Das ist eine Sequenz. Ja, da war ich schon. Ich wollte schon am richtigen Ort hin. Ich wusste nur nicht wie. Na denn. Hallo. Die anderen Sequenzen sind ein bisschen besser für Teleport als für Ladescreen als diese. Ganz ehrlich. Na gut. Voll. Voll. Äh. Energy. Hallo. Na denn. Ähm. Würden wir jetzt da oben lang kommen? Was ist denn Tammel draus? Was ist denn das? Ja, ja. Böse Fischies. Okay. Wie soll ich da durch? Oh nein. Ich ziehe! Ah, Tart. Oh. 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 Okay. Okay, kommen wir da durch. Okay. Was ist das für ein Ding? Das kann ich in dem Fall noch nicht machen. So. Hm, okay. Suspekt. Nur ein Thermal-Ding. Na dann. Flow angepäscht und jetzt? So. So. Das ist gut. Kann ich bitte da rein? Aua! Stress mich doch nicht zur Game. Hallo? So, warte. Das war ein Missile. Was ist das für ein Spiel? Ja, Alter. Das Spiel. Stressen. Oh, Bomben? Oder? Oder habe ich... Was habe ich bekommen oder was habe ich bekommen? Oder habe ich jetzt Hitzeanzug? Hitzeanzug? Ich bin magmatauglich! Ich glaube, ich bin magmatauglich. Ähm, blau, wie viel ist mir besser? Wario suit acquired. Wario suit acquired. Okay. Goil. Reduces damage taken from enemy attacks and insulates summons from extreme heat. However, it does not prevent damage from extreme cold and lava. Hm. In addition, the warrior suit slightly increases the dash midi's range. War midi? Cool. Ja, 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 ja. Okay. Okay. Na, Dana? Äh. Äh. Da. Ah! Okay, ich kann. Ich kann. Probieren. Ich glaube, ich habe zu wenig KP dafür. Ich darf jetzt nur nicht sterben, ne? Ich habe irgendwo einen save point. Huch. Nee. Wollte ich nicht. Reicht. Reicht. Ich habe mein Problem, ich sehe nicht, wo ich hinspringe. Ich mache das gar nicht. Das ist eine Sache, die stört mich. Die finde ich zum Beispiel hat, ähm, hier, Hollow Knight besser gemacht. Wenn du so stehst, kannst du bitte mit Mightnestick gucken. Nach unten gucken. Nach unten gucken. Was du hier einfach nicht kannst. Was ich schon sehr unangenehm finde. Ich habe es nicht spürt. Ich habe es nicht spürt. Keine Ahnung, sprich ich dahin. Ich weiß es nicht. Das ist doch nicht schön, wenn ich weiß, wohin du springst. Muss ich jetzt, äh, meinen Pausescreen und so anpassen und die Farbe vom Anzug anpassen. Auf den hier. Wie, 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 wie. So. Wir haben so zwei Dinge kaputt gemacht, ne? Oh. Oh, liebend. Nice. Schön, dass ich einfach fucking 8 HP hatte, ne? Boah. Okay, jetzt, ähm. Können wir da noch gucken, ob da noch innen was ist? Weiß es nicht, wenn wir da hinkommen. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Da kommen wir doch nicht hoch. Da können wir, glaube ich, jetzt zurück gehen, ne? Ups. Ja. Da habe ich gerade gesehen, es hat da nämlich die Dings kaputt gemacht. Der Durchgang. Also kann ich doch nicht doch hin. Ach. Mann ey. So. 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 Ich denke, wir machen so bis, bis vier rum. Ja, bis vier rum. Und dann, äh. Mal gucken, wie wär's mit Heidlern probieren. Immer fragen, ob die anderen Bock haben, Heidlern zu probieren. Ich würde gerne Heidl üben. Ich würde gerne Heidl üben. Erstmal was speichern gehen. Tut einfach zur Sicherheit. Ich speichere gerne. Speichern und speichern das freund. Gut. Ich speichern das gut. Oh. Ich speichern das gut. Oh. Das ist aber nicht so geil. Super. Saving Mode. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie das aussehen soll. Da ist halt wieder Lava. Das ist halt immer noch blöd. Warte mal gucken. Ähm. Jetzt gibt's dann da noch ne Stelle und hier ne Stelle, die Lava hat. Und hier ne Stelle. Und hier ne Stelle. Und... Ja, ich glaub da eigentlich geht das ganze Gebiet hier unten durch. Da dazwischen. Und hier drüben. Und da drüben. Hier müssen alle Lava stellen in dem Gebiet. Das ist echt widerlich. Bam. So nehm ich. Das halt ich von dir. Ist hier nicht irgendwas? Ne. Okay. Okay, dann stand es so weit weg. Au! Aus BID-Range! Ich werde erstmal getroffen. Warum ist das so nah dran? Ich mag das nicht. Kann die Kamera nicht so nah rangehen? Warte, ich treffe! Ist ja verdächtig da unten, ne? Wer ist hier am rumschreien? Oh, ne! Ups! Nein! Au! Mann, ey! Ich mag das nicht! Warte! So hab ich mich aufgemacht! Ah! Heiner! Bosteim! Hallo! Ich hab den Namen vergessen! Wie viel unbeeindruckt sie ist, ne? Warte! 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 Aua! Aua! Ich finde, das ist mega schwer zu erkennen. Aua! Aua! Wacken, das heißt gar nichts? Alter, das ist so eklig zu erkennen. Aua! Warum ist es eigentlich so eine gute Idee, dass es nur auf oder schluss irgendwas kommt? Das ist doch richtig. Aua! Ne! Aber kann das sein? Das heißt, da haben wir ihm kein Damage gemacht, ne? Was ist das? Behindert? Was hat zumindest, das hat er nicht aufgeflackert. Machen wir das noch eine halbe Stunde oder so? Ja, aber ich habe vorher auch mit dem Messer eins. Okay, das sieht jetzt aber komisch an. Dem Ausweichen ist absolut kürze. Was ist das? Aua! Was ist das für eine Hitbox? 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 Die ist weird. Die Hitbox ist richtig Bullshit. Die ist irgendwie Innenfläche oben vom Mund. Weird. Keine Ahnung. Also das wird jetzt etwa 30 mal dauern, bis ich den Boss down habe vermutlich, weil ich bin auf den nicht klar. auch gar nicht. Ich bin auf den nicht. Wenn man da hat einen nicht. Ich bin auf den nicht. Wir sind auf den nicht. Wir sind auf den nicht. Nein. Ja, aber... Was! Was? Hä? Was ist dieser Boss? Was ist dieser Boss, ey? Nee. Das macht mir jetzt schon keinen Spaß mehr. Elsa ist runter, bitte. Wie meinst du da? Handwoch an die Hand? Das Ziel ist halt auch so scheiße, ne? Da ist keine Safe-Box. Was ist das für Hip-Boxen? Was ist das für Hip-Boxen? Was ist das für Hip-Boxen? Ich kann nicht an die Wand spüren, Bären. Was ist das für Hip-Boxen? Ich kann nicht an die Wand spüren, Bären. Was ist das für Hip-Boxen? Was ist das für Hip-Boxen? Was ist das für Hip-Boxen? Was? Was ist das für Hip-Boxen? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, aber ich finde die B tropical-Bossen. Ich verstehe nicht einfach so. Ich verstehe nicht. Das war klar. Also es war echt interessant. Du wusstest, was du tun musst. Bei dem ist einfach so die Hälfte der Zeug separat und wo genau die Krallen stößt er dahin, wo du schoßt, aber... Nee, gefällt mir gar nicht. Macht gar keinen Spaß. Ja, aber Kitty bei ihm ist um einiges mehr random, wie die Teile fliegen. Wenn sie springt... Nein! Dieser Boss ist behindert! Willst du mir wenigstens Energy geben, bitte? Ich werde doch nur runterspringen! Ich werde nicht so fressen. Im Römer ist, ich finde, er hat in der ersten Phase schon so viel Leben, weil sein Rumgespeier einfach random ist. Mach deinen scheiß Mund auf! Hey! Ich kann an der Wand nicht springen. Jetzt füllen wir gerade auf. Hm... Ich mag das nicht. Das heißt, ich muss... Ich finde, das ist uns auch sehr schwer zu sehen. Nur da die Save Points sind. Das ist uns auch sehr schwer zu sehen. Oh! Der ist... Hm... Ich hasse den! Alter! Der oben ist richtig eklig! Hm... Alter! Was soll der Scheiß? Das Ziel ist so scheiße! Das ist so scheiße! Aua! Okay! Hau mich einfach! Ist okay! Hoch! Nee! 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 Mm-mm! Mm-mm! Da macht mir keinen Spaß! Der ist Krützer! Der ist Krützer! Und ich bin jetzt im Falle... Vielleicht ist sie eingeloggt! Das ist eigentlich G2-Felze-Spielen! So nämlich nicht! Aber wie geil war's in dem blöden Kackbossen! Hä! Nee! Doof! Dich an die Wand geklatscht, das hat er nie gemacht! Ja gut! Vorher schon runtergefallen, in dem Fall! Nee! Find ich nicht! Finde ist absolute Katastrophe! Ahhhh! Kann ich einfach... Wenn ich quitte... Startest du... Startest du das nächste Mal wieder da, wo ich aufgehört habe? Manchmal, was halt auch das Problem ist, ne, wenn du länger an so einem Spiel, ich meine, ich habe jetzt zwei Stunden gespielt, also zweieinhalb fast, irgendwann bist du einfach so done mit dem Spiel, dass du einfach Scheiße baust, ne, beim Spielen. Ich habe halt keinen Speicherpunkt vorher. Wie machen wir das denn? Wo ist denn hier ein Speicherpunkt? Dass du einfach irgendwann ziehst du, das ist das Problem, sie müssen wie neu mal ran, äh, da oben, ne. Komm ich dann nochmal zurück? Ja, ich komme zurück. Ähm, es halt manchmal hilft, bei so Spielen einfach auszumachen und später nochmal ranzurücken. Ich glaube genau, ich habe genau so einen Punkt gerade erreicht, wo es einfach, ich kriege es gerade nicht mehr hin. Okay, ich wollte eigentlich unter dir durch. Bye! Bye! Ja, ja. Ich rufe die Lava durch. Hier war das Schelfepoint. Hallo, Schelfepoint. Dass man halt, wenn man neu dran sitzt, dass es dann besser geht. Ich glaube, ich habe mal so Punkte. Reicht so nach zwei Stunden, das ist bei mir einfach so Luft raus für sowas. Wenn es nicht aktiv patternlaufen ist. So, ähm. Bayern, Frage in Discord. Hätten die Leute Bock, irgendwie... ...extreme zu machen? Und mir vielleicht mal, äh, 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 sogar, maybe, ähm, Ding angucken? Ähm, hier, kennste? Heidelin. Du bist nicht eingeloggt. Aber kannst du trotzdem mal die Leute im Discord fragen, ob die Bock hätten? Weil sonst, sonst renne ich auch einfach selber allein bis zum Zodiac. Was für die, was für die, äh, äh, Fights. Und ich kann... Ich kann einen kurz... Einen könnte ich zeigen. So. Warte. Ich mach das am besten mal aus für euch. Ich muss kurz umstecken. Einen Moment. Ähm. Vielleicht da. So, müssen wir nicht gucken, wie ich hier rumturne. Ähm. Ähm. Und zwar... So, mal gucken. Ja, ist auf dem richtigen Screen. Ups, das wollte ich nicht. So, da sitz ich wieder. Hallo. Ja, du bist eh gleich weg. Ich kann es... Es ist auch ohne Spieler. Ich kann es einfach schon mal zeigen, was es ist. Ähm. Ich darf es eh nicht streamen. Ich hab ja gesagt, ich werde nur noch Story streamen von 14. Und zwar...